Nein, nein, weg hier, weg hier, du Assi, nein, aua, aua, ist hier Land in Sicht, land, land, oh, das war knapp, oh, jetzt, wie eine Rakete, Alter, du bringst die Plage ins Haus, er schleppt uns das Ungeziefer in die Hütte, Hunger, du hast ihn nicht umgebracht, Alter, du hast ihn nicht umgebracht, hier waren wir nach Krater, da wird er vorne links, ich will auch sagen, heute ist es auch irgendwie beschissenste Runde überhaupt, oder, also, dieser Typ, an diesen Brex-Zombies, die zwei ohne Brücke, das war schon seltsam ein bisschen, da steht er links, der Fette, ja, genau, der wohnt hier wahrscheinlich, da ist bestimmt gleich die Fliegenschlampe dann, an dem Punkt, ja, nie, Güte, wo will der hin? da ist er oh, man, Drecksvieh, ich hörte aber hier was Kräueln, oh, oh, sie hat ihre Bestplage schon losgeschickt das war's ich habe mir gedacht, je mehr hier vor Land, desto besser kann man durch am Anfang haben wir uns überhaupt keinen, guck, was, ey, du brennst, Alter, du rennst durchs Feuer da gehen wir doch nicht mit, wie man da, der ist ja dran ja am Anfang sind wir immer mal Hals über Kopf losgerannt und haben es gut geschafft und jetzt, wo wir vorsichtiger werden, dann kriegt man ja nichts mehr auf der Reihe also, Holz im Kopf einfach oh, nee was denn? Wasser Wasser geht doch na, wo müssen wir hin? dort da steht ja, in so einer armen Seele im Wasser ach, ne, das ist ein Pfahl ach, ne, das ist ein Pfahl ey, da taucht wir haben es ja mit Tauchern zu tun da war doch gerade hier ey, da vorne sprudelt es zurück, zurück, zurück scheiße nein, nein 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 weg hier, weg hier du Assi geil Aua Aua ist hier Land in Sicht, Land, Land oh, das war knapp das war knapp oh ich muss Blüten stoppen, Blüten stoppen hinter dir der Zombie ja, ich sehe ihn, wie er angetanzt kommt das Schwein so, wo komme ich jetzt zu dir rüber? hast du irgendwie Feuer gegenüber oder so? ne warte, glaube ich nicht muss ich nochmal gucken er hat sich beruhigt er ist wieder weg da hinten oh, jetzt wie eine Rakete, alter alter, hast du das gesehen, wie der abgezogen ist? das musst du dir dann mal auf dem Video angucken, ey ich nutze die Kunst der Stunde bist du da rüber? ja hinterm Baum ja ja, ja also vorm Baum Ringbaum ok da links ist es das Wasser hat noch kein Enter ja aha schlechter bist du oder? hä? war das nicht gerade hier? ach das ist der schlechter hier unter uns ja wollen wir die raus wollen wir die auslöschen? ja bin ich das bei uns das ist der schlechter ja mein ich doch also ja vorsicht gerade so einer mit Brandingern was ist denn was ist denn da vorne da vorne ist so weit das hat doch gerade ach hier ach hier leuchtet bloß und da ja das ist der nächste Punkt ok das hole ich pass auf der ist an der mit Flammen drin mhm ok dann kann man uns den nächsten holen ja wenn es dir irgendwo eine mini monikiste siehst du oder so oder vertrauen sonst was machen ja siehst du so runter da oben gleich da drüben oh ich bin nicht weit weg Munition? nein ja die haben noch 38 Schuss das ist jetzt nicht zu Not aber oh da ist ein Fliegenschlamm da links neben mir so weit wickelt so wo man warum hier durch oh Fliegenschlamm komm schnell rein Brett zu noch zu oh hier ist ne hier ist ne hier ist ne Munitionskiste die bringt die Plaka ins Haus er schleppt uns das ungeziefer in die Hütte ja die hab ich noch erwischt bevor das Scheiße hier ist die Kiste hier ist noch ein Medipack oh sehr schön oh sehr schön so hier können wir raus wo ist das weg doch das wo näher Scheiße Marcel ist sauber wir nehmen ja mit wir brauchen Geld und XP die nepais schei im da lecker der 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 Mhm. Mir pfeift die Lunge. Du hast ihn nicht umgebracht, Alter! Du hast ihn nicht umgebracht! Was war das? Warte, ich zeig dir, wie das geht. Okay, hier. Und schabup! Hm, leichte Verzögerung und Sterben. Ey, sind wir nicht bald da. Da oben ist es. Boah, Fliegenstabio! Machen wir es mit dem Messerblatt. Oh ja, da hat ein Drehwurm. Dörtliche Volkspanzgruppe. Er hat es nicht gerafft. Oh, ist er drin. Okay. Munitions. Und wieder das DREX-D. Ja. Ja. Höchst. Da hab ich nicht sowas wie Gegengriff, Spritzer. 7. Wo ist das Textil? Bei mir hier hinten. Ich muss mal nachladen. Oh, hier schreit sich die Fliegenschlampe mit der Seele aus dem Leib. Kommt sie dir? Warte, ich schlag sie mit der Machete. Ich hab die Gifte doch niedergeschlaut. Komm her, du Vieh! Oh! Wer war das? Was tut das? Was tut das? Ich weiß nicht, ich glaub nicht. Oh, jetzt sind wir schon wieder Unheute in der Gegend. Unheute. Alter. Achso. Geh'n Giftspritze mehr. Ich hab'n mir die scheiß Fische wieder begiftet. Hey, scheiße. 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 Da. Vorsichtig, da passt es unten. Hast du ihn gesehen? Da war er. Da ist der zweite. Okay, dann hast du einen auf den Pelz gebrannt. Scheiße. Ey, wir haben heute ein Glück, Alter. Das ist doch zum Kotzen. Da hat er mit der Spinne zu kämpfen, oder? Ja, halt rein, halt rein. Jetzt haben die die ohne reingelassen. Cool. Oh, sie war noch tot. Sie hat sich nur totgestellt. Alter, das ist... Das kann doch nicht sein, Alter. So ein Scheiß-Spielhäufer. Hä, wieso der? Du wurdest von der Fliege umgebracht. Ja. Ja, aber ich habe wahrscheinlich so ein Ding geschmissen worden. Ja, aber es steht ja da. Er hat dich mit dem Gebeer erschossen. Echt? Ja, das hat er gesehen gut. Meine Fresse. Ist doch nicht normal heute. Also heute muss ich wirklich sagen. Sonst warst du ja mal der Meckerfritzer. Aber heute muss ich auch sagen, das ist... Was ist das? Meckerfritzer. Alter, so ein Scheiß-Rannhäuter. Einer nach dem anderen. Oh. Ich muss mich ganz kurz aufs Piss passen. Wir gehen gleich wieder nach. Boah, hab ich jetzt... Oh. Das war so richtige Scheiße. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018